Dass die taiwanesische Biene Tausender-Triebwerke bauen kann, hat TGB bereits mit seinem ATV unter Beweis gestellt. Mit V2-Triebwerk ausgestattet, zählt die Blade 1000 als sogenannte Volkstausender seit ihrer Markteinführung im Jahr 2015 zu den Bestsellern im deutschsprachigen Raum. Vor allem in den USA jedoch wäht längst ein anderer Wind. Utility Terrain Vehicles, kurz UTVs, sind dort gefragt und neben den Lokalmatadoren Arctic Cat, Canem, John Deere und Polaris machen nicht zuletzt auch die japanischen Hersteller Honda, Kawasaki und Yamaha vor, wie prächtig sich ihre dicken Triebwerke dort im Arbeitsquant verkaufen lassen. An diesem Geschäft will nun auch TGB mitnaschen und präsentiert dazu aktuell die Studie eines UTVs mit seinem Tausender-Triebwerk. Und damit nicht genug. TGB-Boss George Lin versteht seinen Laden als Systemanbieter, der angefangen beim Motorpaket bis hin zum schlüsselfertigen UTV Partnerfirmen Schlüsselkomponenten zur Verfügung stellt. Kurzum, es wird spannend auf dem Utility-Markt. Wann und zu welchem Preis ein TGB-UTV in deutschen Landen angeboten wird, hat Importeur Hans-Jürgen Leb bis dato nicht verraten. Wann und zu welchem interest? Vielen Dank.